Der Sat.1 Filmfilm nach einer wahren Begebenheit. Eine Liebe, die nicht sein darf. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Sie dürfen ihn nicht wiedersehen. Wirst du bereit, für diese Liebe alles zu riskieren? Du bist verlobt. Ich bin eine verbotene Frau, oder? Ich bin die Geliebte. Ich hasse dich in seine Familie. Ich brauche dich. Alexandra Nelde ist die verbotene Frau. Am 26. November in Sat.1.